Papabouba Diop hatte einen Traum. Den Traum, im WM-Eröffnungsspiel ein Tor zu schiessen. Um 21.02 Uhr wurde der Traum im World Cup Stadium von Seoul Wirklichkeit. Die Entstehung. Diop wartet geduld. Senegal schlug den Welt- und Europameister völlig überraschend mit 1 zu 0. Ein glücklicher Sieg, ein erkämpfter Erfolg eines Teams, das vor kurzem nur knapp den Sieg in der Afrikameisterschaft verpasst und von einem Sieg gegen das grosse Frankreich nur geträumt hatte. Die Franzosen weinen bittere Tränen. Derweil Senegal-Wulffautsfeststimmung ausgebrochen ist.